So meine lieben Freunde, neues Video zu Hertha BSC mit einigen Infos, kann sogar sein, dass heute noch ein zweites Video von mir kommt, wenn es denn noch neue News geben würde. Hier gibt es viele News, die von gestern Nachmittag waren, nachdem ich ja mein Video hochgeladen hatte, klar kennt ihr die alle schon, aber ihr fragt mich ja dann auch nach meiner Meinung und natürlich tue ich die auch noch kund, unter anderem zu Dilrosons Wechsel, die Themen heute. Gerade ist eine recht traurige Nachricht zu Marco Richter reingekommen, dann geht es um Dilroson zu Feyernord, es geht um das Kapitänsamt, darüber hat gestern die Bild berichtet. Es geht nochmal um Boyata, der ja in Verbindung gebracht wird mit Trabzon. Es geht um Ajork, wer sich erinnert, da gab es schon mal ein Gerücht, da habe ich mal ein Video drüber gemacht, ich weiß nicht, vor anderthalb Monaten oder so. Jetzt bringt die Likib ihn wohl wieder bei Hertha ins Gespräch, ich finde es immer noch relativ unrealistisch, aber auch darauf gehen wir ein. Und Mohamed Bajo, zu dem es ja immerhin mal ein Gerücht gab, ich weiß gar nicht mehr, was da die Quelle war, auf jeden Fall war es bei Transfermarkt.de aufgelistet mit Hertha BSC, der ja auch ein sehr, sehr geiler Mittelstürmer für uns wäre, wird wohl woanders hingehen. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran und gönnt euch einfach mal dieses Video, ja. So, ja, erstmal zu dem sehr, sehr traurigen und überraschenden Thema. Marco Richter heute, ich weiß gar nicht, ob der mit ins Trainingslager gefahren ist, wie das jetzt herausgefunden wurde, hat Hertha BSC gerade veröffentlicht, hat wohl einen Tumor am Hoden, ja, also sehr, sehr schlimme Nachricht eigentlich, ja. Da soll wohl bald ein operativer Eingriff erfolgen und Hertha hat ihm natürlich auch alle Unterstützung zugesagt. Von meiner Seite da auf jeden Fall erstmal gute Besserung geht raus, ja, kann man immer nur wieder sagen, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, ja. Egal was ist, es gibt sportliche Dinge, die sind nicht so wichtig wie Gesundheit, es gibt finanzielle Dinge, die sind nicht so wichtig wie Gesundheit. Also alles, alles Gute raus. Bei Hodenkrebs ist es ja so, auch mal an alle Männer, da kann man nicht früh genug anfangen, weil ich muss mich auch immer selber, sag ich mal, disziplinieren zum sogenannten Männerarzt, Urologen zu gehen, weil das ist halt eine häufige Erkrankung. Und im Frühstadium kann die eigentlich, wenn sie früh genug erkannt wird, kann sie eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent dauerhaft geheilt werden. Aber wenn es zu spät passiert, eben nicht. Deswegen geht alle zur Vorsorgeuntersuchung, ich muss mich da selber auch immer erinnern. Alles Gute an Marco Richter, tut mir wirklich wahnsinnig leid und ich hoffe, dass es eben Frühstadium ist beim Tumor da bei ihm. Und dass es keine längeren Spätfolgen für ihn hat und er dann ganz in Ruhe, aber irgendwann wieder mit dem Fußball anfangen kann. Trotzdem hat es natürlich auch sportliche Folgen für uns. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, Tilroson verlässt uns ja auch. Wir haben ja sowieso schon Mangel, also wirklich einen Mangel auf den Flügelpositionen. Marco Richter war jetzt nicht immer der Beste letzte Saison, aber er war immer der Beste für diese Position. Also wir hatten keine Alternativen. Ja, ein Sona fehlt verletzt. Weiß man nicht, wie lange, ob der überhaupt nochmal zurückkommt. Dong Joon Lee weiß ich auch nicht. Sehr oft verletzt bisher gewesen und hat noch nicht wirklich das Niveau der Bundesliga erreicht. Also wir müssen unbedingt was auf den Flügel machen. Also ich sage, selbst wenn Iyuke kommen sollte, wir können ja nicht davon ausgehen, dass Maolida so performt, wie es jetzt in den letzten beiden Halbzeiten der Testspiele war. Also von daher, wir müssen unbedingt eigentlich mindestens zwei Flügelspieler noch holen. Alleine, um eben auch keinen Druck zu haben, auf Marco Richter angewiesen zu sein. Und wie gesagt, ihm weitern alles Gute, aber man muss ja trotzdem sportlich gucken, was für Konsequenzen hat es. Wir müssen unbedingt Flügelspieler verpflichten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Tilroson ist jetzt fix zu Fairnot Rotterdam. Kicker hat ja gestern berichtet, es wurde eigentlich Stillschweigen über die Ablösesumme vereinbart. Aber es gibt mal wieder ominöse Quellen, die wissen natürlich wieder, wie viel er gekostet hat. Angeblich insgesamt 6,3 Millionen. Marktwert auf Transfermarkt.de wurde ja geschätzt. Auf 6 Millionen, zwei Jahre Vertrag hätte er bei uns noch gehabt, der 24-jährige Niederländer. Ich habe gestern einfach mal so geschätzt, als wir gestreamt haben und darüber gesprochen haben. Also da hatte ich noch überhaupt keine Gerüchte gelesen. Ich hatte einfach so geschätzt. Ich könnte mir vorstellen, die zahlen 5 Millionen Ablöse. Die haben ja gut Geld gemacht durch Verkäufe. Ich denke, die zahlen 5 Millionen Ablöse und dann 1 bis 2 Millionen vielleicht Boni. So berichten es jetzt auch verschiedenste Quellen. Wie vertrauenswürdig die sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir wieder mal einen Plus gemacht. Am Ende haben wir jetzt, wen haben wir alles verkauft? Wir haben bisher verkauft Meier für 5 Millionen. Dilruss und Schätzen war zumindest anfanglich erstmal 5 Millionen. Eduard Löwen 1 Million. Gut, wir haben einen Gangkampf für knapp 600.000 Überschuss zurückgeholt von Greuther Fürth. Aber im Moment sind wir mit einem guten Transferplus. Aber wie gesagt, wir brauchen eigentlich noch einen Mittelstürmer. Wir brauchen noch Flügelspieler. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Auch wenn ich immer noch sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass Dilruss so ein wirklich bei dem Klub aus seiner Heimat in den Niederlanden komplett durch die Decke geht. Und am Ende dann wieder so ein Transfer wird von Feyenoord, wie sie es diesen Sommer gemacht haben, dass sie den dann für 30 Millionen in die Premier League oder so verkaufen. Das wäre wieder typisch. Ich finde es schade. Er hatte bei uns auch viele Chancen, muss man sagen. Klar, er hatte öfter mal mit Verletzungen zu kämpfen. Aber es gab auch ein, zwei Jahre, wo einfach er sich zu wenig gezeigt hat. Er ist wie ein Luke Bakio aus den Möglichkeiten, die er hat, viel zu wenig macht. Er ist jetzt nicht so dieser typische lustlos Typ, aber er arbeitet trotzdem nicht gut nach hinten. Und er taucht viel zu sehr ab. Aber trotzdem bin ich bei ihm doch irgendwie traurig, dass man ihn gehen lässt, weil diese Ablösesumme halt auch nicht so ist, dass ich sage, da kriegst du jetzt einen viel besseren Spieler, wenn ich mir so vergleichsweise gucke, was wir so holen können. Also ich finde, Dilrusson ist wirklich ein Ausnahmetalent und mich finde es schade. Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, dass ausgerechnet Sandro Schwarz ihn vielleicht hinbekommt am Ende. Aber dem ist nun wohl nicht so und ja, jetzt müssen wir damit leben, dass wir ihn verkauft haben. Wir haben ihn ja damals ablösefrei von Manchester City 2 geholt. Also trotzdem ist es am Ende noch ein Transferplus. Aber wie gesagt, auch der hatte mal einen sehr hohen zweistelligen Marktwert und der hätte auch ein Megapotenzial, auch immer noch. Auch immer noch. Schauen wir mal, ich wünsche ihm natürlich trotzdem, ich finde ihn auch sehr sympathisch, ich wünsche ihm natürlich trotzdem nur das Beste für Ferienort Rotterdam und dass er da nochmal richtig durchstartet. Aber es ist schade. Ja, die BILD hat gestern diskutiert, wer könnte der neue Kapitän werden. Laut BILD-Informationen will sich Sandro Schwarz mit seinem Trainerteam nach dem Trainingslager in Birmingham oder in der Nähe von Birmingham entscheiden, wer der neue Hertha Kapitän wird. Bojata hat natürlich gepunktet durch seine Leistung in der Schlussphase, in der Crunch-Time von Hertha BSC, hat natürlich mit seinem Tor auch dafür gesorgt, dass wir nicht abgestiegen sind. Aber er gilt einfach nicht als Lautsprecher. Also er ist kein Lautsprecher, er ist kein Wachrüttler, er ist auch kein Kommunikator. Wir haben ihn jetzt schon mal Deutsch sprechen hören, aber das wäre vielleicht auch ein Vorteil, die Sprache zu sprechen, die die meisten Spieler im Team können. Er ist ja auch keiner, der jemals irgendwie Interviews gibt, das musste immer Niklas Stark machen. Er kommt nicht zu den Fans, er ist immer der Erste in der Kabine. Was einfach für einen Kapitän meiner Meinung nach irgendwie nicht so ganz würdig ist. Er wurde ja wohl damals Kapitän, weil ihn die Mannschaft gewählt hat, auch aus Mangel wahrscheinlich an Alternativen. Aber jetzt könnte es wohl sein, dass man sich umentscheidet. Und da gibt es mögliche Kandidaten. Unter anderem natürlich Boateng, ein Kandidat, hat jetzt auch nochmal ordentlich abgespeckt, wie man gelesen hat. Also vielleicht ist er sogar fitter als letzte Saison. Trotzdem können wir nicht davon ausgehen, dass der 35-Jährige jetzt hier mehr als 50 Prozent der Spielzeit auf dem Platz steht. Tendenziell sogar eher weniger. Von daher, er ist sowieso der Kapitän, der Platzhirsch in der Kabine und neben dem Platz. Aber ihm das Kapitänsamt zu verleihen, würde wenig Sinn machen, wenn er denn so wenig Spielzeit bekommt. Weil durchgehend spielen wird er nicht können, bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber das wäre natürlich von der Art und Weise her, was er ist und was er für eine Bedeutung in der Mannschaft hat, der prädestinierte Kapitän. Völlig klar. Dann hat die Bild, also mir völlig unverständlich, warum sie den Namen überhaupt aufgehoben haben, Suat Cerda ins Gespräch gebracht. Klar, er war ein absoluter Führungsspieler damals unter Sandro Schwarz. Unter ihm hat er die größten Entwicklungsschritte bisher in seiner Karriere wahrscheinlich verzeichnet. Aber wenn der ein Kapitän ist, dann ist Dong Jun Lee genauso ein Kapitän. Er ist jetzt ein bisschen überzeichnet dargestellt. Also bei aller Liebe, der ist kein Kapitän. Super Fußballer, aber eben auch einer, was ja oft auch so ist bei technisch starken Fußballern, die dann auch irgendwann mal den Kopf in den Sand stecken. Bei Hertha war es ja so, er hat die erste Halbserie eigentlich immer, war er immer mit einer der Besten und dann irgendwann hat er den Kopf auch in den Sand gesteckt. Das haben mir auch damals Schalke-Fans übermittelt, dass es ähnlich war. Er ist ja ein fantastischer Fußballer, war natürlich auch verletzt in der Abstiegssaison, aber irgendwann hat auch er den Kopf in den Sand gesteckt. Also das ist kein Kapitän meiner Ansicht, das ist auch überhaupt kein Lautsprecher. Dann im Gespräch Marvin Plattenhardt, der wohl ganz gute Chancen haben soll, auch bei Sandro Schwarz wieder in die Startelf zu rücken, obwohl den ja auch schon einige abgeschrieben haben. Magath hat ihn körperlich nochmal fit bekommen. Klar, er hat defensiv seine Schwächen, aber seine Standards sind unvergleichlich. Also ich glaube, es gibt wenige in der Bundesliga, die überhaupt besser sind als er, was Standards angeht. Seine Flanken aus dem Halbfeld, fantastisch. Auch nach vorne, ein, zwei Dribblings hat er wieder gehabt. Er kann auch mal einen entscheidenden Pass spielen. Kann natürlich sein, dass er spielt. Er würde ja auch gerne verlängern, hat noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube dennoch nicht, dass man sich da eine Baustelle aufmacht und Platte als Kapitän macht und dann am Ende spielt er an Platte, obwohl du noch eigentlich ein Ulrich mal Spielzeit geben könntest, einen Björk an sich durchsetzen könntest, einen Mitti da hast. Also es wäre schwierig, den als Kapitän zu machen, wo zusätzlich finde ich auch nicht, dass er gerade ein Lautsprecher auf dem Platz ist. Also ich habe sehr, sehr selten gesehen, dass der mal zu einem Spieler geht, dem eine Ansage macht, dem irgendwas erklärt oder aufrüttelt oder so. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Führungsspieler. Ja, oder sagen wir mal ein sehr, sehr entscheidender Spieler in der Mannschaft. Und kann er sein, wenn er topfit ist. Aber er ist für mich kein Führungsspieler, der diese Mentalität mitbringt. Das ist er einfach nicht. Ja, und der letzte Vorschlag, wenn es nicht Boyata sein sollte, ist Marc-Oliver Kempf. Und ich bin ja immer noch der Meinung, wir hätten Kempf nicht verpflichten müssen. Klar, ist ein solider Transfer vor allem für das Geld. Aber bei unserer Ausgangslage mit Jordan, mit dem man hätte verlängern können, mit Marton Dardai in der Hinterhand, mit Gächter, hätte man es nicht machen müssen. Und der hat ja bisher auch nicht performt. Aber ich bin mir weiterhin auch sicher, was ich im Stream schon sehr oft gesagt habe, dass er noch zu einer festen Größe wird. Und dass er so, zumindest wie Niklas Stark, so ein Dauerbrenner bei uns wird. Ob er jetzt überdurchschnittlich gut wird, werden wir sehen. Aber er wird sich noch verbessern. Und er wird ein stabiler Teil von unserer Innenverteidigung sein, bin ich mir sicher. Und er wird auch gesetzt sein. Dadurch, dass er schon so ein Typ ist, der ist ein aneckender Typ, der auch mal Leute vollraunst, der auch unangenehm sein kann, der seine Meinung sagt, manchmal vielleicht auch ein bisschen überforscht. Aber der ist auf jeden Fall ein Typ fürs Kapitänamt. Er spricht Deutsch, er hat Führungsspielererfahrung. Er ist einer, der mit den meisten Bundesligaspielen prädestiniert eigentlich für die Rolle. Prädestiniert gibt, glaube ich, wenig Gründe, warum man den nicht zum Kapitän machen sollte, außer vielleicht die Leistung. Außer vielleicht die Leistung und dass man den Innenverteidigerkampf offen halten will. Aber mir fällt einfach auch kein anderer ein. Ob ich jetzt finde, dass es der beste Kapitän ist, weiß ich nicht. Würde ich schon so in die Richtung tendieren. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass Sandro Schwarz und sein Team sich für ihn entscheidet. Wenn das Team das nicht selber entscheidet, bin ich mir da sicher. Ich hätte auch gesagt, so viele Anwärter gibt es ja bei uns nicht. Wir haben jetzt nicht gerade die Truppe voll Kapitän, wo man sich gar nicht entscheiden kann. Toussaint wäre vielleicht einer, weiß ich nicht, ob es da Sprachbarrieren gibt. Und der ist auch ein super Mitreißender durch seine Art und Weise. Aber ich weiß nicht, ob er genug Lautsprecher als Kapitän ist. Santi würde ich sagen, absolut. Spricht ja gut genug Deutsch. Ist immer ein Giftswerk. Egal, wenn alle nicht performen. Der spielt eklig, auch wenn er nicht immer gut spielt. Aber er spielt immer eklig. Der geht immer voran. Der gibt immer alles. Und lässt sich auch überhaupt nichts sagen. Von gar keinem. Also der wäre eigentlich prädestiniert als Kapitän. Wäre er geblieben, würde ich mir da wirklich drüber Gedanken machen. Wenn er Stammspieler ist, ob der Kapitän werden sollte. Da er nun wechseln will, macht es auch keinen Sinn, ihn zum Kapitän zu machen. Und dann muss ich auch wirklich sagen, ich, der ja als Selke-Hater überhaupt beschrieben wird, würde sogar sagen, dass Selke eigentlich ein prädestinierter Kapitän wäre, wenn er als Stammspieler gut knipsen würde. Weil er ist wirklich in der Mannschaft, bei den Jugendspielern, überall. Er ist mega beliebt in der Mannschaft. Alle sagen, er ist ein toller Mensch. Die Jugendspieler sagen, er integriert sie mega rein. Er ist ein mega wichtiger Moderator. Also alle mögen den. Und er ist ja auch ein Typ, der wirklich Leute anheizt. Er polarisiert zwar auf dem Platz. Den kann der Gegner dann auch lächerlich finden. Aber das ist ja völlig egal. Das ist ein Antreiber an sich. Das wäre ein prädestinierter Kapitän. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo er alt genug ist und nicht mehr irgendein Jugendspieler ist. Aber da müssten die Leistungen für passen. Da müsste er unumstrittener Stammspieler sein. Und er müsste knipsen, knipsen, knipsen. Und das ist halt derzeit nicht der Fall. Und dadurch wird es auch nichts werden. Deswegen denke ich, wird es am Ende kämpft werden. Und ich könnte mit der Lösung auch leben. Es sei denn, es kommt noch irgendein Spieler, mit dem wir gar nicht rechnen. So, dann nochmal zu Boyata. Ja, jetzt muss ich hier wieder diese ganzen Fake-Gerüchte verbreiten auf Felicio. Er verbreitet immer so viele Fake-Gerüchte. Das ist so schlimm. Mann, 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 Mann. Also, wir reden jetzt mal über ein paar Gerüchte, die vielleicht Fake sein könnten, weil es ja interessant ist. Und zwar berichtet Gazette Football nochmal darüber, dass es Interesse von Trabzon, Trabzonspor aus der türkischen Super League an unserem noch Kapitän Boyata gibt. Ich bin ja immer noch der Meinung, klar, er hat sehr, sehr viele Vorteile und war auch ein großer Bestandteil, warum wir nicht abgestiegen sind. Aber bei unserer derzeitigen Konstellation mit auch einem Gächter, der sich weiterentwickeln soll, mit Uremovic, dem wir verpflichtet haben, bei dem Gehalt von zweieinhalb Millionen von Boyata, bei nur noch zwei Jahren Vertrag, bei 31 Jahren Verletzungsanfälligkeit. Wenn ein Angebot kommt, verkauf ihn. Und der wohl sehr, sehr gut informierte türkische Journalist Yagis Sabunjoglu, oder ich glaube, man spricht es aus Sabunjoglu, berichtet jetzt davon, dass Trabzon das erste Angebot abgegeben hat. Angeblich 2,5 Millionen Sockelablöse plus nochmal eine Million Boni in Erfolgsfällen. Da muss ich sagen, ist jetzt nicht mega viel Geld, aber es trägt mal wieder zum Transferüberschuss bei. Und wir haben, Stand jetzt, sieben Innenverteidiger. Selbst wenn wir Alderete abgeben und Boyata, hätten wir immer noch fünf Innenverteidiger für zwei Innenverteidiger-Positionen. Natürlich auch ein Jordan steht weiter vor einem Sprung. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich würde lieber Jordan halten als ein Boyata. Natürlich würden wir für einen Jordan ein bisschen mehr bekommen, der hat aber auch nur noch einen Jahr Vertrag, also viel mehr wäre es nicht. Ich würde viel, viel lieber einen Jordan halten. Und wenn ich am Ende mit zwei Linksfüßen in der Innenverteidigung spiele, das geht. Das geht auch in der Bundesliga bei einigen Klubs mit zwei Rechtsfüßen. Also würde ich sehr, sehr begrüßen. Das Problem ist so ein bisschen, die Krux ist so ein bisschen das Mega-Gehalt. Denn so ein Gehalt, so ein fürstliches Michael-P-Punkt-Gehalt, wie er bei Hertha bekommt, würde er bei Trabzon nicht bekommen. Also er müsste Gehaltsabstriche machen, um in die Türkei zu wechseln. Hat er da Bock drauf mit 31 Jahren? Das ist die Frage. Das Einzige, warum er darauf Bock haben könnte, ist, dass Trabzon tatsächlich, zumindest mal glaube ich an der Quali, für die Champions League teilnimmt und nächstes Jahr definitiv international spielt. Das könnte ihn natürlich motivieren. Andersrum, wie gesagt, Türkei müssen Spieler auch ab und an mal damit rechnen, dass Gehaltszahlungen vielleicht ausbleiben. Das ist jetzt nicht verallgemeinernd, aber es gab es öfter schon mal in der Vergangenheit. Habe ich bisher in der Bundesliga noch nicht gehört, dass sowas vorgekommen ist. Ich halte es für realistisch, dass es dieses Angebot gibt. Ich halte es allerdings nicht für sehr realistisch, dass Boyata unbedingt Bock hat zu wechseln. Weil sollte er weiter hier bleiben und Stammspieler bleiben, warum sollte er dann wechseln? Klar, international kann er spielen mit Trabzon, aber deswegen auf Geld zu verzichten, glaube ich nicht, dass es passiert. Aber könnte eher gerne anderer Meinung sein. Schauen wir mal, was sich da in naher Zukunft noch ergibt. Wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen Tempo hier reinkriegen. Wir haben immer noch über 40 Mann im Kader. Wir müssen Piontek loswerden, Alderete loswerden. Wir müssen noch einige loswerden und vor allem müssen wir Flügelspieler und Stürmer holen. Und bei Stürmer gibt es ja etliche Gerüchte. Und da gab es ja schon das Gerücht, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das Gerücht ins Spiel gebracht hat, von Ludovic Ajorg aus Frankreich bei Rassing Straßburg spielt er. Im Elsass der 28-Jährige, 1,97 Hühne, der wirkt auf dem Platz, müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ihr euch so Highlight-Videos oder so anguckt, der sieht aus wie Jan Koller. So eine richtige Bodenstange, aber trotzdem technisch stark. Ja, und der war schon mal bei Hertha im Gespräch, jetzt berichtet, da immerhin ein relativ renommiertes, da braucht mich nicht wieder einer, da muss ich mich nicht mal begründen. Das ist doch eine gute Quelle. Die L'Equipe berichtet, dass Hertha wohl sehr, sehr großes Interesse und auch gute Chancen auf eine Verpflichtung von Ludovic Ajorg hat. Ich halte es trotzdem für absolut unrealistisch und eine Ente. Ich sage euch auch warum. Interesse hatten vor, oder außer Hertha-BSC laut Medienberichten auch Eintracht Frankfurt. Die sind ja sowieso raus. Die haben jetzt Colomuani verpflichtet, die haben einen Alario verpflichtet. Die haben ja noch ein paar Centia, also die werden garantiert nicht nochmal mega viel Geld für einen Ajorg ausgeben, bin ich mir ganz sicher. Wolfsburg könnte natürlich mit einem wahnsinnigen Gehalt auftrumpfen, aber Wolfsburg hat im Kader als Mittelstürmer Bialek, den jungen Mann aus Polen, Wind, gerade erst im Winter verpflichtet, Matcher, der ja eigentlich als Stammstürmer da agiert, dann hat man noch auf der hängenden Spitze Max Kruse und Waldschmidt, den man ja loswerden will, hoffentlich nicht zu Hertha. Also eigentlich auch da überhaupt kein Platz und bei Hertha soll man wohl großes Interesse haben. Er würde auch vom Stürmertyp super passen. Er ist so ein bisschen, ein bisschen erinnert er an Belfodier, muss man sagen. Sehr, sehr groß, dennoch sehr, sehr technisch begabt. Einen guten Abschluss, aber auch ein gutes Auge für den Mitspieler, weicht immer mal wieder auch auf die Flügel aus, kann sehr, sehr gut Assists geben, was er auch in der letzten Saison wieder gezeigt hat. 38 Spiele, 12 Tore, 8 Vorlagen für Rassing Straßburg. Aber der hat einen Marktwert von 16 Millionen Euro, Leute. Er hat noch bis 2024 Vertrag. Und selbst wenn man jetzt sagt, dieser Marktwert ist absolut nicht das, was man am Markt erzielen kann, weil ich finde, den auch ein bisschen überhöht. Die Energiekeep berichtet selbst, dass Rassing für ihn 15 Millionen will. Wenn Rassing für ihn 15 Millionen will, selbst wenn sie auf Geld verzichten würden und sagen würden, ja komm, wir geben den für 12 oder für 11 Millionen ab oder man macht irgendwie noch einen Spielertausch mit rein. Niemals wird Hertha nochmal so viel Geld für den Stürmer ausgeben. Wir wissen immer noch nicht, wo wir Piontek hingeben sollen. Den wir eigentlich nicht zwangsläufig wegen der Leistung abgeben wollen, sondern eher wegen seines wahnsinnig hohen Gehaltes. Wir wissen nicht, ob wir für den überhaupt eine Ablöse diesen Sommer kassieren, ob wir eine zweistellige für ihn diesen Sommer kassieren. Da werden wir doch nicht noch mehr Geld für einen Stürmer, der dann zwar weniger Gehalt hat, aber noch nie Bundesliga gespielt hat, noch nie eine andere Liga als die französische Liga gesehen hat, die erste. Da werden wir doch nicht so viel Geld ausgeben. Niemals wird das passieren. Also ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Internas oder so, aber das würde ich tausendprozentig darauf wetten, dass das nicht passiert. Zumal wir ja gerade gehört haben, Schimanski hängt daran, dass wir 10 Millionen für ihn zahlen müssen für den zentralen offensiven Mittelfeldspieler, den wir unbedingt wollen. Und dann haben wir aber auf einmal 15 Millionen für einen Archerock. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht ist es in der Hinterhand, Santi wechselt irgendwie für eine völlig abwegige Summe zu einem Premier League-Klub für 14, 15 Millionen. Alderete wechselt für 10 Millionen nach Spanien, Piontek wechselt für 10 Millionen. Dann sind wir auf einmal bei so einem hohen Transferplus, dass wir uns doch das leisten können. Aber er ist ein fantastischer Stürmer, zumindest das, was ich von ihm gesehen habe. Aber ich würde nicht so viel Geld für einen 28-Jährigen ausgeben, der zwar mal Europa League oder so Quali gespielt hat, aber auch nie international gespielt hat, sondern immer nur in der League. Wer sagt uns, dass es in der Bundesliga klappt? Für so einen Spieler gebe ich doch nicht so viel Geld aus. Also bei aller Liebe nicht, auch wenn wir schon eine richtige French-Connection bei uns haben, die sich auch alle untereinander gut allein sprachlich verstehen können, würde ich das nicht machen. Wenngleich er natürlich, seit er zu Racing-Straßburg gekommen ist, immer der beste Torschütze bei denen war. Er hatte in 138 Spielen, 50 Tore, 19 Vorlagen. Das ist vor allem deshalb gut, weil Racing ja jetzt nicht einer der Top-Klubs der League 1 ist und er da immer einen großen Anteil an den Toren einfach mit seinen direkten Beteiligungen hatte. Er kam 2018 aus Clermont. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Transfer. Ja, Likib berichtet weiterhin, dass Ajorg selbst das Projekt in Berlin wohl sehr, sehr interessant findet. Kann natürlich auch an der Stadt liegen, keine Ahnung, an der Bezahlung. Vielleicht verdient er auch nicht so gut bei Racing und will einfach nur den Verein wechseln. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das bei uns passieren wird. Könnt ihr ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Auch wenn die Likib natürlich eigentlich schon eine relativ seriöse Quelle ist, wenn es um Transfergerüchte geht. Mohamed Bayou, auch der war mal bei uns Gespräch, auch der ein super Mittelschürmer. Er ist 24 Jahre jung. Jetzt habe ich gerade vergessen, was seine Nationalität ist. Auf jeden Fall spielt er bei Clermont-Fout. Hat da auch super Leistungen gebracht. Ein Marktwert von 12 Millionen. Hertha sollte angeblich an ihm Interesse haben. Da haben auch alle gesagt, ey, richtig geiler Spieler. Würde uns weiterhelfen. Hat auch noch Entwicklungspotenzial. Großer Mittelstürmer, guter Mittelstürmer. Aber bei 12 Millionen Marktwert, den wird sich Hertha nicht leisten können. Und jetzt berichtet, jetzt lasst mich nicht lügen, welche Zeitung war das wieder? War das auch die Likib? Auf jeden Fall, laut Medienberichten wechselt er jetzt innerhalb der Lik1 zu dem OSC Lille für 14 Millionen Euro Ablöse. Also, ja, das kann Hertha meines Erachtens nach nicht stemmen, warum ja auch Ashok nicht zu uns kommt. Das sind so die neuesten Transfer-Updates. Vielleicht gibt es ja heute Abend nochmal ein Video dazu. Weil irgendwie, vielleicht wird ein Spieler vorgestellt. Vielleicht verlässt uns noch ein Spieler. Vielleicht gibt es irgendwelche neuen Gerüchte. Also, wenn es irgendwas Neues gibt, dann gibt es heute vielleicht 20, 21 Uhr nochmal ein Video. Streamen tun wir ja morgen wieder. Wir sind morgen am Mittwoch um 21 Uhr auf Twitch bei Nico Sorum. Freue ich mich sehr auf den Talk. Und danach gibt es einen sehr, sehr wilden Stream. Wir müssen ja auf jeden Fall mal auf ein paar, ja, ein paar Sachen vielleicht auf Twitter eingehen über mich. Wir müssen, also es gibt einige Videos, auf die ich reagieren will. Pannewitz, das Interview von Bilal mit Baku. Also, es gibt einiges, was wir morgen noch machen können. Macht morgen wirklich Mittagsschlaf. Morgen machen wir bis spät in die Nacht Streams, versprochen. Und vielleicht sehen wir uns ja heute sogar in einem weiteren Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für euren Support. Ihr seid wirklich die beste Community der Welt und es macht mega Spaß, mit euch über alles zu talken. Oh, ich bin so todmüde. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen kurzen Powernap und dann geht es weiter bei mir im Text. Also, macht's gut. Erfolgreiche Woche. Wir sehen uns spätestens morgen. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020